Hallo, ich bin Alfredo, 24 Jahre alt. Ich mache die Lehre als Gipser EFZ bei der Firma Gabriele Mirarchi AG. Ich bin Matteo, 17 Jahre alt. Ich mache die Lehre bei der Gabriele Mirarchi AG als Gipserpraktiker EBA. Jetzt gehen wir zur Abklättigung. Das Material wird möglichst gleichmässig auftreten, damit es einen möglichst glatten Untergrund für eine weitere Beschichtung hat. Für eine optimale Abklättung ist es wichtig, dass das Material nicht dick und nicht zu dünn flüssig ist. Die letzte Beschichtung von mir ist ein mineralischer Anbreite, den man je nach Wunsch strukturieren kann. Heute kann ich sagen, dass ich etwas von Glück sprechen kann, denn ich habe keine Unterkonstitution, die ich aufbauen muss, da der Untergrund aus Holz besteht. Ich werde jetzt die Gipsplatte direkt auf den Untergrund anschrauben und verspachteln. Bei der Lucarne wird man einen Kantenschutz anbringen, damit man später eine stossfeste Kante hat. Das war es. Bewirb dich! Sophos Viele Jachos Joachos Joachos Aber Jachos Yoachos allen Jachos